well hallo hallo erst von dir war ein sehr sehr schöner dach und erstens will ich mich bedanken denn all die menschen die mir die letzte wege zwei haben mit seiner mutter gesprachen und mir gesagt wovon soll das rechnen da und ich die videos merken da sehr sehr dank schön und dank schön auch für all die comments das rechnen ich sehr viel du bist ein einziger der wo also denkt ich wollte mich überhebter mit den videos mir dann ist es vielleicht ein ola aber dann trefft eine wahre menschen hier und da und dort besonders der letzte paar wege ich war hier wohl menschen die mich getroffen hat hat mir einen Kommentar geschickt oder privat ein bisschen was gesagt weil wir uns nicht rechnen da und ich will sagen sehr sehr dank schön, ich grüß euch an ola ich möchte mich jetzt auf englisch sein, ich möchte mich für all die encouragement für die appreciation, dass ihr mir gezeigt habt für diese videos, dass ich mache so das ist alles wertvolle, danke so jetzt will ich mich bemerken, dort haben wir Panappel zu tun mit steaks mit bitter Fleisch und mit der ersten allesarten, dort ist nun Sommer, wir haben eine kleine Panappel am stuhr und äh, Papern schauten in der ersten allesarten, so jetzt will ich von Panappel und auch an der ersten Fleisch bemerken, ich weiß das diesen, ich glaube ihnen würde interessieren, so dank schön weiter und jetzt will ich mich bemerken okay, da war wir von dir nun die malteile mit Panappel, wo ich nicht wissen, wo ich alles magt von dir, hier haben wir, äh, Cornstarch, das ist Verstärkungsmehl, hier haben wir ein bisschen Olive Oil, Oliven Oil, wenn es fehlen wird, hier haben wir Paprika, und hier haben wir ein bisschen Flaschnappepern, wenn die Panappelfall starten, hier haben wir Salsa des Soja, soja sauce hier haben wir grove Paprika, coarse black pepper und hier haben wir, äh, was Echaken, wir haben hier witte Echaken von dir, wenn die Räute haben, dann bräuchte Echaken, potatoes, hier haben wir eine graute Säppel, äh, eine graute witte Säppel, hier haben wir äh, feierter Fief, äh, garlic cloves, äh, Chesnick-Teen, und hier haben wir, äh, ein jalapeño Pepperschot, und hier haben wir noch drei andere Pepperschoten, die brennen nichts nicht, das sind, was sie dann an anderen Seite Pepperschoten, und hier haben wir dann, äh, die, äh, die Movie Stars, das sind die Estrellas, das sind die Panappel, die waren von dir Brücken, und, äh, hier haben wir, äh, Fleisch, ich hab ein paar Stecks, hab ich zwei die Schnäden, und, ähm, bitte, die Schnäden, bitte, dann, äh, ihr könnt auch, äh, Backfleisch von heute, äh, like, Chicken Breast, you can use Chicken also, oder Schweinfleisch, was immer Fleisch, die bitte gleich, und hier haben wir kleine, äh, 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 ähm, na, Jallmeeren, Carrots, little carrots, baby carrots, hier haben wir Salt, und hier haben wir Mushrooms, gar ikke, äh, wie wär, wir haben Pilschen gleich, da gleich haben wir alle wegen Pils gemangt, so dass wird sie wot wir nun wollen, sie wurde an eine Finschniedung und rödmalken und die eigentlich mitgehen gewern. Okay und nun haben wir Peppe hier in diegu tutto fertig wegen uns,А und dann, äh, die haben wir uns, äh, Fleisch beim configurations machen. Na oder, äh, also lovely ال regard, wenn wir phosphorus in das Uhn klaut werden, äh, dann git word ich wieder 자주 übern, äh, wotten wir es schnell ersetzt, ab englisch nannte bis jetzt in der queen wesen worte mann brauchen und von der märkte und 100 minu schnettgeteu oder bis jetzt die brocken mehl und backpulver backsoda salt butter und weil er sollte weiter handeln ich sie versorgt und hier habe watermark in manchen watermark haben einst ja sehen wir lasst die kunst nicht am spiel treten dann nehmt ihr für jeder koffel mag der ihr ein et läpel erigte mann dann habe ich nicht erig kann dann ein koffel mag und dann ein et läpel citron saft lemon juice das schafft doch immer haben nun aber schnett gemerkt wenn ich wissen was will die biefe an olster monster okay wir können wissen was wir brauchen für diese schnettje für diese biscuits wir brauchen zwei koffel mehl 2 cups flour 2 teilapel backpulver 2 teaspoons baking powder 1 teilapel salt 1 teaspoon salt 1 teaspoon salt and 7 8 lapel onion salt in the butter 7 tablespoons unsalted butter and here have a buttermilch dry fiertel koffel buttermilch 3 quarter cup buttermilch and new au revoir topier den erste was you don't understand all three heimann the backpulver box order mail and salt and I read out your shatter and then they they bought a heimann kniet buddy butter demand for a bit is bit so no gravel logen okay new have a they bought a heimann das ist ein bisschen eine Bedeckes und dann schneiden wir die Butter hier so machen, bei der E-Shop haben wir jetzt eine Gravel zu lösen und dann seien wir auch noch die Butter E-Shop kommt erst, die Butter von einem E-Shop kommt nicht unterwegs, dann wollen die nicht locker. Ok, nun haben wir den Mehl so fein durchgekneten, jetzt ist es ein bisschen feiner Gravel, seien fein. Ich habe es doppelt in der Saab, ich habe es doppelt ergeriert, das haben wir zweimal drei Viertel Küffel Buttermalt und da werden wir aber ein feiner Dich merken und da werden wir auch das Schnatke merken, das sind runde Schnatke, runde Biscuits. Nun werden wir auch das Dich rehen und feinen Dich merken und noch ein Ding, was ich will sagen, ich habe hier noch ein bisschen feiner Wetter kein Zeug übergehalten, aber jeder hat das schafft auch, ich will gleich noch ein bisschen kein Zeug machen und sagen wir, dass wir das von der Worte machen. Nun werden wir Dich merken. Ok, nun haben wir den Dich weggerollt, den haben wir von einer drei Viertel Saal Dicke oder Messen Saal. Und dann tun wir die Wälde und direkt, wo das ist, starten auf. Und dann, äh, pick die Wälde und da werden wir hier in der Plut nähen und wachen wir die Wälde, wenn die Plut nicht raus. Und dann den Oven da werden wir abhärten, bei 400 Grad Fahrenheit. Und dann werden wir von einer fünf Stück 50 Minuten backen, dann wird die Feinbrün sein. und dann wird der Oven da werden. Wo auch die Flieh hier aufgehen. Und dann wird der Kliembäsch hier beingpanzelt mit Buttermalk. Und dann werden wir die Oven da starten. 400 Grad Fahrenheit, also 450 Grad. Und dann für die Steck 50 Minuten, dann müssen wir abhästen. Weil die Feinbrün sein und die werden Seierfein abhästen. wir sind die reihe im oven wozu die wiese wo es sitzt wenn die schwarzen nu kiektemal das ist schnack ja die die kais ein die brühne tuxen doch dort erst den kais wird immer dein mann kreieren der regen was sie erscheinen kann man essen klüren Ja, das habe ich mir gelegt. Oh, das ist der Schmack. Okay, wenn wir uns das Fleisch hier mal rein merken. Hier haben wir ein bisschen Fleisch. Und dann haben wir hier, wir haben hier Sojasauce, die von meinem Fernsteck 2 Lepel oder so machen. 2 oder 3, das kostet ihr nicht. Dann haben wir ein bisschen Fleisch gehauen. Dann haben wir noch ein paar Lepel voll. Ja, und dann was wir da unten sind, dann haben wir noch ein klein bisschen Papier. Dann haben wir noch ein bisschen Papier. Dann haben wir die gleiche. Und dann haben wir noch ein Lepel voll, so, was noch ein Verstreckungsmehl und eine Cornstarch zu machen. Kracks ist dort. Von einem feinen Lepel. Und das Salz war hier, weil das Sojasauce die Soja, das ist nur salzig. Und die Übersack, wo so wie wird Verstreckungsmehl gemacht. Und dann wird so eine feine, dicke Suppe und hier, weil das Fleisch so backen wird. So, nun starten wir. Vielleicht noch ein klein bisschen mehr Sojasauce. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Jetzt werden wir das mit Brünen brüten. Das wird geschmackhaft. Okay, nun haben wir die Grille, die Planche hier heute. In Rehn. Da haben wir hier ein Klippeschen Schwieenschmolzen noch. Die können so ein paar Frockensche wählen. Aber von der wird das Schwieenschmolzen. dann. Und dann, was wir dann tun, ist, dass wir über das Fleisch ein Klippeschen Brünen brüten. Plus, dass wir ein Klippeschen mehr Geschmack haben. Wir werden wissen, wo das sieht, wenn das Geschmack brün ist. Weil das alle abklippen. Okay, nächste, wenn wir das Fleisch brünen haben, dann haben wir die Zeppeln hier. Ein bisschen Brünen brüten. Okay, das ist die einen Kern. Die Zeppeln fangen an, ein bisschen Brünen zu werden. Dann haben wir den Pilz gedrückt noch mal. Dann haben wir das noch ein Klippeschen durchbrüten. Und dann, das nächste, wo wir die Pepperschoten machen. Dann, das nächste, da haben wir die Strohme Pepperschoten gemacht. Wo, 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 wo. Kieckte mal. Ist das auch schmack, oder ist das schmack? In der letzten, da haben wir das Geschmack, das Garlick, hier machen. Das ist das. Einmal ein bisschen brüten, und dann, das ist das. Wenn das schmack geht, und wenn ihr glaubt, dass ein bisschen Salz fehlt, dann geht das ein bisschen Salz. Und dann geht das ein bisschen grobe Salz. Und dann geht das ein bisschen Salz, und dann geht das ein bisschen Salz, oder das Salz ein bisschen daun. Das ist das. Dann trieh das alle schmack überrein. Und noch ein Ding ist, das geht sehr schein, mit dem groben Salz spälen, mit dem Knopf träumen. Das hat alle wenig schmack überrein. Und dem groben Salz, da braucht das lang nicht zu viel als dem Tiener-Salt. Und das kriegt das lang nicht zu leicht Salz, so klackst es dort. Das geht noch ein bisschen schein. Ich muss sagen, das ist gut. Kieckte mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir den Pernappel rein. Wir haben ein bisschen Pfeffi da, das ist auch heute, ans Oben. Tja, Du wirst jetzt wissen, was wird der nächste waren daun. Okay, nun wirst du mal wissen, wo einer Mat, oder Korn, oder wo der Schauf den Pernappel hat. Hier haben wir ein. Ich warte an, ich weiß nicht, dass ich nur ein Tool zeigen muss, weil wir haben das nicht. So, was wird daun ist, mit einem kleinen Maße, der Käse steht an der Korn, einmal alle rein schneiden. Ganz an der Korn, nicht verschneiden. Das ist ein Grub. So, und nun habe ich hier rundherum einmal rumgeschneiden. Ganz an der Korn, und dann leg ich einmal eine Maße, das geht dort allein. Und dann waren wir einmal anfangen zu kaufen. Dann leg ich hier ein bisschen das so Schruz durch, schneiden. Das wird dann einmal ein paar Bieter rüberkriegen. Checkt mal das. Das Essen wird Arbeit, aber weiß ich was, scheint es eben, das Essen immer Arbeit. Und dann haben wir ein bisschen Gratlepel statt, und dann gehen wir ein bisschen an der Korn legen. Und dann fangen wir an, rüber zu gucken. Der Strunk in der Merde ist ein bisschen mit einem Kopp. Aber wir haben das gespielt. Dann haben wir ein bisschen so ein bisschen rumschneiden. Dann schicken wir mal da. Dann schicken wir wieder das Bieter, wie es rüberkommt. Und dann, äh, nu wird das hier auch alle rüberkommt. Und dann werden wir das voll Fleischchen dran stoppen. Na ja dann, dann werden wir diese Gruppjes, diese Pennappel-Gruppjes mal voll, voll stoppen. Hier haben wir Peper-Shout, Zeppelin, wo wir von dort ischen Kniepäschen rumgenämmen, im Bett. Und dann werden wir ein paar so eine kleine, Baby, äh, Jalmer-Nern, Carrots. Ein paar Steck. Und dann ein paar Ebschöcken. Wir haben uns dahin gewaschen, so wir können nicht mehr dahin nähern. Und dann werden wir hier ein bisschen Fleisch nähern. Das ist ein schönes Fleisch. Huhu, das Steak. Aber wie kann ich sonst gewählen? Und dann werden wir ein bisschen Gründe von diesen Peper-Shouten, wie wir von der Jaß, Schwiermahmen, und meine Frühe, und Schwiermahmen, und Schwiermahmen. Du hast gekämmelt. Und dann werden wir ein bisschen Etchocken, und dann ein bisschen, äh, Klarots. Jalmer-Nern, und dann haben wir ein bisschen Fleisch, wie würde man ein bisschen Parler das alles ernähren können. Huhu, 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 huhu. Anyway, nun habe ich den Wissen, was das alles voll ist. Und dann werde ich auch die Vier bringen. Nun, guck mal, nun habe ich das so schmackvoll, gepackt voll Fleisch, und Grüns. Nun werde ich den Wier bringen. Nun werde ich den Wier bringen, in so einem blanken Papier, wo ich nicht wissen, wo dort sitzt, wo wir vorhin sind. Na, Joran, nun habe ich das Fleisch bei der Pannappel hier nachgegangen, habe ich das Dachsel hier über, und das unterirdisch hat, dass das ganz dick ist. Und hier kann es sein, 440 Grude Fahrenheit. So, nun werde ich hier in Fennstack 2 Stunden backen. Und da werden wir eine schöne Multit haben. Okay, nun habe ich das hier 2,5 Stunden gebacken. Nun, wo wir das gerade hier raufstricken, das reinmelken, und da werden wir auf Flasher raufeln. Ich glaube, das ist gut. Okay, okay. Okay. wir haben wir auf Flasher raufeln. Wuhu. Ja, vamos. Mira. Mira nur noch. Hier ist das. Hier kämpft es. Mir ist das. Ajajaj. Mira nur noch mal. Mira nur noch mal. Wuhu. Perfekt. Nu war die Upprallen da, wir aldrig äter. Hoho! Da drückt nulschein. Ok, das reicht nun so schön. Nun werden wir sehen, wie das sieht. Wir haben eine Doppel-Eier auf. Kiegt doch mal das. Kiegt doch mal das. Nun werden wir erschaffen, da werden wir sehen, wie das was ich machen. Da werden wir dort, hier, nun mal nähern. Oh, das ist echt schön. Ich kiegt doch mal. Kiegt doch mal. Ich kiegt doch mal. Ich kiegt doch mal. Wow. 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 Da trägt doch mal sehr schön. Nu werden wir dort mit dem Schmacken. Ich kiegt doch mal. Ich kiegt doch mal den Schmacken. Ich kiegt doch mal. Oh ja. Nu werden wir sehen. Oh ja. Okay. So, dass ich immer sei, weil wir sehr dankbar sind. Gott hat uns weiter gesehen. Gott ist gaut. Ich kiegt doch mal. Ich kiegt doch mal mehr. Ich kiegt doch mal. Ich kiegt doch mal. Ich kiegt doch mal. Strockeln, Pennappeln, Bistec, Ranchero oder Stew haben. Frische Schnettchen gebackt. Und äh. Nächster wurde ich weiter mit der Uniswera. Hä. Ein kleines Fekchen machen. Oh ja. Jetzt haben wir Feuerbütteln und sind es nicht gekauft. Wuh. Laus Seierschenk. Kiegt jetzt das Salz hinab. Nu. Weil wir das. Schmaken. Hals in der Grilltrink. Hald die Fass. Vorrechte, komm dann. Vorrechte, Hald die Fass. Das Fleisch ist so weg. Die würden können, dass ihr besser nehmt. Schlürpst nicht los, oder so ab. Mh. Kiegt 2,5 Stunden gebackt. Und wenn die nicht so oben ist, haben. In der Bar. Steckt 2,5 Stunden baten. 375. 400 Grun. Oder am Barbecue. Viele Menschen haben so einen Smoker. Und noch ein Ding. Einfach sagen. Seine schnelle Steck. Merkt ihr auch. Fnöte und Kors habe hiermit das. Wir wollen wir Klopps baten. Einen Tee. Seine schnelle Steck. Merken müssen wir geraten. Da bin ich muu. Klopps. Verwerb des Brocken. Bloß das Steck. Mit geraten. Merken die abschneiden. Den Klopps dazwischen. Das schmeckt alles schön. man zu sagen, wenn man so viel Arbeit macht, dann weiß ich was, die Panappel, die Uithalt drin und das alle rein machen. Blöds sei erscheint. Ich muss Gott nicht sehen, und ich hoffe, ich probiere es auch, Danke schön, hier von Ströckland Manitoba. Danke schön. Ja, hier bei Ströckland hatten wir einen großen Sturm gehad. Ein paar Wege drei. Klamp ist die große Bühne angebrengen vom Wind. Und nun müssen wir die von der Wege aus schlafen, oder in den Barschen schlafen, verzeilen und die Halt merken für den Winter. So, der hat auch noch einen Wettschein. Wie so ein Schein ist wahrer. Und dann den Zirat und den Pader. so es geht um die ganze Treppe. Das ist das Schlechland.